Willkommen zur Pressekonferenz nach dem Tipico-Bundesligaspiel zwischen dem SK Rapid und dem LASK. Am Podium begrüßen darf ich unseren Cheftrainer und Sportdirektor Dominik Thalema und unseren Kapitän Christian Ramsebner. Dominik, ich beginne gleich mit dir. Bitte um deine Einschätzung zum heutigen Spiel. Ja, ich glaube, dass es heute ein natürlich ein sehr verdienter Sieg für Rapid war. Dass, glaube ich, auch der Chronologie der Ereignisse geschuldet war. Zwei lange Bälle, zwei Tore, 2 zu 0 nach 20 Minuten. Und dann waren wir an diesem Tag heute einfach nicht mehr in der Lage, zurückzukommen. Denke ich auch aufgrund der Strapazen, glaube ich, der letzten Wochen und der Intensitäten. Wir hatten, denke ich, dann Probleme, kompakt zu agieren, die Räume zu schließen. Und ja, sind wir nicht mehr so in unsere Pressing-Situationen gekommen. Auch mit dem Ball haben wir dann nach dem 2 zu 0 einfach die Zuversicht verloren. Ich denke, dass wir dann zweite Halbzeit ganz gut in die Hälfte reingestartet sind. Aber nach dem Ausschluss dann auch wieder natürlich dann, ja, diesen Vorteil verloren haben. Danke, Dominik. Christian, auch an dich die Frage, dein erstes Resümee nach der Partie. Ja, wie gesagt, denke ich, hochverdienter Sieg für Rapid. Erste Halbzeit war man meiner Ansicht nach nicht so handlungsschnell, nicht so gut geschlossen. Dann mit zwei weiten Bällen zwei Tore bekommen. Ich denke dann, zu Beginn zweiter Halbzeit war es verbessert. Da waren wir besser im Spiel. Aber unterm Strich war es dann trotzdem zu wenig, um da heute Punkte mitzunehmen. Danke, Christian. Und damit kommen wir zu den Fragen der Medienvertreter. Bitte sehr. Christian Hakel vom Standard. Dominik, war das irgendwie sowohl eine geistige als auch eine körperliche Müdigkeit von diesem großen Erlebnis? Man hat wirklich das Gefühl gehabt, von außen es geht irgendwie nicht. Ja, wir hatten auch schon letzte Woche gegen den WRC ein bisschen so 15, 20 Minuten Anlaufprobleme. Dieses Mal war es aber so, dass da 0-2 stand. Und dann ging es einfach ganz, ganz schwer. Und dann haben wir ja auch nicht mehr das durchgezogen, was wir uns vorgenommen haben. Wie wir unseren Platz auch im Offensivspiel positionieren wollen. Wie wir uns gegen das Spiegeln von Rapid verhalten wollen. Welche Räume für uns interessant gewesen wären in dem Spiel. Die haben wir einfach nicht gefunden und angespielt, weil wir dann einfach die Zuversicht verloren haben. Ja, hängt möglicherweise auch zusammen mit diesen Erlebnissen. Weitere Fragen? Herbert Pumann, APOL-Liga-Portal. Erste Reihe. Kurz aufs Mikro warten. Ich habe in diesem Nachträglich noch alles Gute zum Geburtstag. Danke. Ja, Umstellung in der Abwehr. Notgedrungen kam das kurzfristig. Wie kurzfristig kam das mit Gernot Trauner? Das habt ihr ja letzte Woche schon gehabt, dass er kurzfristig dann Veränderungen hatte personell. Eigentlich das Sample Seedger. Und warum der Vorzug jetzt von Laval gegenüber Gebauer? Ich denke, er hat seine Feuertaufe bestanden. Er hat ja noch eine höhere Niederlage verhindert und hat einen ordentlichen Eindruck hinterlassen. Ja, also es war diesmal kein Eingabefehler, sondern ein Magen-Darm-Virus. Und wir wussten das nach dem Mittagessen und mussten dann handeln und natürlich auch die Abwehr dann natürlich auch anders zusammenstellen. Und ja, Gernot ist natürlich, denke ich, sehr kopfballstark und hätte auf Cara sehr gut gepasst. Ich muss auch sagen, dass Cara wirklich ein großartiges Spiel gemacht hat und einfach diese langen Bälle extrem gut verteidigt und gesichert hat. Was die zweite Frage betrifft, Laval war einfach so, dass wir natürlich auch gewusst haben, dass wir zwei gute Torhüter auf den beiden Positionen haben. Dass wir, denke ich, in ihm aber natürlich auch eine Aktie für die Zukunft sehen und das ist einfach dem Weg, das Lask entspricht, mutige Entscheidungen zu treffen. Und deswegen auch die Entscheidung für ihn, aber nicht gegen Thomas Gebauer ausgefallen ist, der natürlich ein sehr routinierter und wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft ist. Ich denke, er hat es gut gemacht. Es gibt natürlich immer dann so beim ersten Spiel Dinge, die man natürlich auch verbessern kann, das ist klar. Ich denke, er kann mit dem Fuß noch präziser werden, aber ich denke einfach, es war ein guter Beginn und stimm mich sehr, sehr zuversichtlich für seine Entwicklung und seine Zukunft. Nächste Frage bitte in Reihe 3. Alexander Huber vom Kurier. Meine Frage richtet sich an beide. Der Gernot Trauner ist ja, Trainer Kübauts vorgenannt, der Organisator. Er ist auch offensiv sehr gefährlich, gibt da, glaube ich, die meisten Kommandos. Wie schwierig ist es, dann auch kurzfristig, weil man das nicht länger üben kann, dann so einen zentralen Mann zu ersetzen? Es hat so gewirkt, dass wir auch teilweise die Kommunikation bei den langen Bällen nicht optimal, zum Beispiel beim zweiten Tor, wo man wahrscheinlich anders reagieren hätte können. Und war das auch dann der Grund für den Wechsel, dass Filippowitsch dann ins Zentrum gegangen ist? Ja, das war dann schon die Überlegung, weil wir hatten einfach Kara nicht im Griff in der Konstellation, in der wir begonnen haben. Und ich denke, in Gernot Trauner, also er ist extrem Kopfballstar und ich glaube, dann hätten wir möglicherweise, aber das weiß man natürlich nicht, hier mehr Kontrolle gehabt. Und er hat uns natürlich sehr stark gefehlt, aber das soll jetzt auch keine Ausrede sein. Noch einmal zurückkommen auf Gebauer. Wie hat er das aufgenommen? Denn schließlich ist er der Ersatzdorhüter und muss sich die Frage stellen, ob er überhaupt noch jemals drankommen wird? Nein, das muss er im Grunde nicht, weil auch jeder seine Funktion hat bei uns. Ich denke, er hat ja auch eine Rolle, dass er auch mithelfen soll, die beiden anderen Torhüter zu entwickeln. Er kann da sehr, sehr viel Routine mit einbringen und das ändert grundsätzlich an seinem Status nichts. Und auch wenn Alex Schlager wieder fit ist, wird auch Thomas Gebauer wieder bei uns auf der Bank sitzen. Und Alex, Tobi Lawal, wird auch seine Erfahrungen wieder bei unserem Kooperationsverein einfach gewinnen können. Aber ich denke trotzdem, dass es ein wichtiger Schritt war und ein gutes Signal und auch mit Patrick Blauer ein gutes Signal ist, dass wir auch junge Spieler forcieren wollen und sie fördern wollen. Und ich glaube, das ist auch in der jetzigen Situation nicht zu vergessen oder wichtig, dass man das nicht vergisst. Anschlussfrage? Christian, Frage an dich bitte. Bitte. Du warst zwar im Vorher im Herbst leider verletzt, also in der Europa League hast du gefehlt, aber hast trotzdem sicher mitbekommen. Die Mannschaft war eigentlich damals nach Europa League Spielen, auch Donnerstag-Sonntag-Rhythmus teilweise, eigentlich immer bis auf ein Spiel gegen Wolfsburg immer körperlich fit, geistig fit. Ihr habt seid geistig so müde gewirkt. Gibt es da Erklärung? Ein paar Erklärungen. Ja, ich sage, es ist jetzt zum ersten Mal die Saison passiert und ich gehe nicht davon aus, dass uns das recht oft passieren wird. Es ist, ja, wie gesagt, so ein Tag kann einfach mal passieren, wo man nicht so frisch im Kopf ist. Aber ich denke, wir haben oft genug schon gesagt, dass wir das besser können und werden das auch in Zukunft zeigen, dass wir das besser machen, noch europäische Spiele unter der Woche. Letzte Frage. Rainer, hat sich das vor dem Spiel schon abgezeichnet? Ich sage nur, im Hotel oder Körperspannung beim Aufwärmen oder in der Kabine. Hat es irgendwelche Anzeichen gegeben, dass man für das Spiel heute offenbar nicht bereit ist? Nein, eigentlich nicht. Ich denke, die Co-Drehen haben, wie gesagt, dass es aufwärmen einfach sehr, sehr gut war, dass die Spielform sehr gut war, dass die Abschlüsse gut waren. Das ist dann auch schon ein sehr, sehr gutes Signal oft, dass man spürt, dass alles am Weg ist. Ich denke schon, und das ist meine Meinung, dass es einfach natürlich dem Spielverlauf sehr, sehr stark geschuldet war. Und wenn man dann nach sieben Minuten gleich 1-0 hinten liegt, dann fehlt uns einfach heute an dem Tag die Kraft und die Zuversicht, einfach zurückzukommen. Nächste Frage, bitte. Ich hätte noch eine Frage zum Ausschluss. Es hat im Fernsehen richtig schlimm ausgeschaut. Es dürfte jetzt ohne gröbere Verletzung zu Ende gegangen sein. Wie ist das passiert? Und hat man da als Spieler selbst auch irgendwie das Gefühl, das ist jetzt etwas Gröberes vielleicht? Ja, ich habe mir gedacht, ich komme auf den Zweig und von der Taxi auch in dem Moment in Böe weggenommen von mir. Und ich mache genau einen Schritt und erwische mich natürlich unglücklich mit der offenen Sohle. Es war jetzt keine Absicht von mir, aber das schaut natürlich schierig aus im Fernsehen. Und ich bin froh, dass im Taxi nichts Gröberes passiert ist. Gut, letzte Reihe noch kurz. Philipp Lautischer von Sky Sport Austria, ich hätte noch eine Frage zum Transferfenster, das er morgen schließt. Was ist beim LASK noch zu erwarten in diesen letzten 24, 28 Stunden? Ja, es ist möglich, dass sich im offensiven Bereich noch was sucht, aber eine Vollzugsmeldung können wir noch nicht geben. Aber es ist schon das erklärte Ziel, einfach hier noch ein Spiel zu bekommen. Gut, wenn es keine weiteren Fragen mehr gibt, dann sage ich vielen Dank und wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntagabend. Danke sehr. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.